Yo, hello Techieser, my name is Rafael und willkommen zu einem kleines ja, ich wollte eigentlich ein Unboxing machen, aber meine Mutter musste ja, das leider aufmachen aber egal, ja, hier ist die schöne Verpackung von meinem Laptop von MSI, Toplay, to... Scheiß, weiß nicht, was da steht sind so diese Sachen, was da draufsteht hier ist nochmal nett, was ich gerade lade und so hier ist die, äh, die Kassaton, die leuchtet schon so fast ja, die kann ich dann einstellen die so, von der Seite, sieht sie ja ja, die ist ziemlich geil, Leute die kann ich dann einstellen, die kann ich dann einstellen, ich glaube ich mache sie dann nur rot ich glaube es gibt rot, helf und blau hier ist dann mein Laptop der, äh, ja, der ladet jetzt Google Combo und so weiter runter akzeptieren und ausführen genau, ja, sondern dieses kurze Video, ich hab mein Laptop, also könnt ihr euch schonmal auf bessere Videos freuen und auf Streams genau, ich werde Streams machen auf, ähm X-Split oder, oder was weiß ich, mal sehen, ähm, X-Split glaub ich, ich kann mit X-Split, nehm ich dein Stream auf Jo, das war's noch mit nem kurzen Video ich werde dann irgendwann mal auch ein ausführlicheres Video vielleicht machen und ja, bis zum nächsten Mal Ciao